Ich glaube, das wird wirklich nur sein, damit du da wieder hochkommst, was du runterfällst. Wie elegant gerade. Ja. Okay. Hinter der Säule vielleicht? Der Letzten? Vielleicht ist da noch was? Nein. Okay. Ich dachte gerade, aber das war dein Schatten. Das ist ein bisschen eng. Ich muss tatsächlich da auf der Platte kommen. Hm. Hm. Trotzig nicht ran. Hm. Na gut, aber den snackste so weg, wenn du drüben bist. Ich snack hier ja nisch. Der ist nämlich nicht vegan. Nicht? Ich bin vegan. M. Wenn du nichts mehr sagst, ist es eigentlich am gefährlichsten. Also zumindest ist es bei mir so. Wie kriegt der uns hier? Und der hat, der hat ja keine, ach so. Du den da kriegst. Ja, ob der Haken uns kriegt. So. Ich glaube, dieser hat einen Haken. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ach nee, wir brauchen eher Anlaufung. Ja genau, brauchst Anlaufung. Du musstest da vorne von der Kante dann rüber rinnen. Wenn der Haken quasi, also der andere Haken hinter dir ist. Wenn er so steht. Ist natürlich gut, dass du dich da festkranken kannst. Dadurch ist jetzt alles ein bisschen einfacher. Easy. Guckst du? Jetzt darfst du snacken. Siehst du? Was ist das für eine Anlage? Eine Bowlinganlage. Hm, stimmt. Bisschen aufwendig, aber ja. Alte Technik, so wartet halt da nicht. Die kann ja nichts machen. Da sagt sie nicht mal Nell. Ups. Ich glaube, da solltest du nicht schwimmen gehen. Wieso konnten die denn da einfach runterrennen? Unglaublich, oder? Die haben bestimmt Schuhe mit so Haftzüge. Nimm die Schuhe! Was die für ein Profil haben. Ist klar, dass sie irgendwie rutschen. Aber rutsch nicht gerade runter, weil da war irgendwie... Musst du da rein? Speicher. Nicht laden. Hast du irgendwelche veganen Kekse? Keine Kekse gekauft. Ich hab vorfressen. Ich kann mal gucken. Ich kann mal gucken. Ich habe auch eine vegane Sprech. Hier ist ein Drache, glaube ich. Ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße! Wir sind versäuert. Warte, ich hab's gut gesehen. Nein! Kack Gott! Kack hier in Dreck! Ich auch nicht. warum Nein, Mann, die dumme Kuh! Ja! What do you think? No. Mhm. Jetzt wird es laut. Das Spiel wird laut. Das Spiel wird laut. Loll. Hast du einen Kekse? Gut. Weiter geht's. Jetzt ist sie glücklich. So ein bisschen. Du hast es gerade eben nicht gesehen. Ich glaube, die machen das auch nicht nochmal. Ich glaube, die haben eine crazy Kamerafahrt. Ne, machen sie nicht nochmal. Siehst du ja beim Schritt. Okay. Irgendwo auf irgendeiner Höhe ist irgendeiner Höhle, wo wir rein müssen. Ja. Wo ich nicht sehe, wo das sein soll. Toll. Geil. Ja, danke. Habe ich dich doch gehört. Moment. Da willst du wohl hoch hinaus. Wie die Uhr mich mobbt und einfach nicht anspringt. Ja. Es gab aber auf irgendeiner mittleren Höhe gab es noch was. Mhm. Na geh mal gucken. Wahrscheinlich ein Drache. Wahrscheinlich. Doch. Ah ja, doch. Ob das irgendwie irgendwann mal voll leicht mitmachen. Schrauben zählt. Eins. Zwei. Zwei. Vier Schrauben. Das sieht halt Schrauben an. Hä? Wie kommen da denn nicht mehr ran? Wie kommen da nicht mehr ran? Wie kommen da nicht mehr ran? Wie kommen da nicht mehr ran? Scheiße. Wie kommst du ran? Sehr beeindruckend. Neunzig Mal. Wir waren jetzt unter der Sieben. Noch ein kleines Stück weiter unter der Sieben. Nein. Hat sie es gefunden? Ich glaube nicht. Wie Süßi guckt. Ich glaube die will mit uns kuscheln. Ich glaube auch. Wir kommen gleich. Zwei Stunden. Genau. Machen wir wieder ein Amy Sandwich. Pressen wir dich zwischen unserem Körper zu einer Presswucht. Lass die Augen richtig rausquillen. So wie bei Jenna, wenn du sie anguckst. Nicht? Du stellst es dir grad Rühltisch vor, oder? Ja schön. Wahrscheinlich so im Schnitt, weißt du, sehe ich dann wie ich ihr das sage und du die ganze Zeit nur so zu mir. Nein. 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 Lass den Namen Hunde vor. Du bist super. Ich weiß es. Und wenn es dir jetzt nichts bringt, wenn da einfach nichts ist, dann ist es offiziell ein Mobbing-Spiel. Du kommst einfach nur wieder runter. Okay. Du kommst einfach nur wieder runter. Das ist wieder da unten an der Leiter. Oh, war das der Anfang? Nein. Okay. Oh, eine blaue Schüsselkarte. Eine Karte gefunden. Sehr gut. Aber ich glaube, hier wären wir irgendwie hingekommen und über den Weg zurück. Wahrscheinlich, ja. Aber gut. Egal. Du hast es auf einen sehr speziellen Weg geschafft. Ach, kick dir den an. Der hat bestimmt grad runtergepinkelt. War grad so aus. Wer siehst du jetzt, macht das wieder. Schwache Blase, der Mann. Da kommen wir nicht hin. Das macht doch nicht sowas. Und mit springen und festkrallen. Mano. Echt Mann, das ist jetzt doof. Kann ich nicht viel verteilen. Ja, Mobbing-Spiel. Ja. Mega geiles, aber ein krasses Mobbing-Spiel. Das ist das Spiel, das warst nicht du. Ja. Immer. Tja, Zeit verschwendet. Naja. Aber hey, du hast einen richtig coolen Move gemacht. Das muss man sagen. Das lass ich auch so im Let's Play drin. Glaub ich. Es sei denn, wir sagen zu viele Sachen. Haben wir ja nicht. Gut. Oh, das war knapp. Kannst du ja bis zum letzten Versuch aufschneiden. Hm, ja, ja klar. Oder wieder vorspulen, muss ich mal gucken. Na gut. Aber wir wissen, dass wir da zu einer Schlüsselkarte kommen und da wieder zurückkommen. Hm. Ne? Bist du jetzt auch, ne? Hast du die behalten? Ach, du hast deine Ringe abgenommen? Ja. Machst du das immer? Nee. Okay. Wollte schon sagen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe das Gefühl, wenn ich viel am Rechner sitze, schweilen meine Hände sowieso. Ah, okay. Dann sollten wir vielleicht mal eine Pause einlegen. Und dann geht's an der Playstation weiter. Yay! Ja, eigentlich müssen wir noch Alice spielen. Oh, stimmt. Alice und Deponia. Was haben wir da jetzt? Was war das? War das? Was hieß? Ja. Ne. Die hier. Ah. M16. Zwei Packs. Viele Medi-Packs hatten wir noch nie. Echt mal. Also jetzt meinst du, dass das Spiel gerade gut ist. Erstmal gucken. Ah, okay. Dann kommst du ja direkt da hin. Dann kannst du ja gleich die Schlüsselkarte holen. Schlüsselkarte. Obwohl, das sieht so aus, als würdest du gleich weiterrutschen. Ja. Ähm. 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 Okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Frust. Meine Hütten. Alle guten Dinge sind drei, ne? Ja. 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 Ähm. Boah, ich könnte ja was fallen lassen. Ich glaube, es ist wirklich besser mit diesen Handdingern. Ja. Hey, das ist schön. Dem Handding ist ja nur eins. Mhm. Ich werd mir noch so eins für, für die Maus kaufen. Hast du noch? Ja, ja. Wo das Ding wälzt sich hin. Ja. Pfff. Ein neues Ding. Mhm. Ja. Ich hab auf Arbeit ja nur so ein Kissen, wo du dir das Hand, das Hand hochlegst. Das Hand. Ja, ja. So eins, äh. So eins Kissen noch. Mal schauen. Also hier wahrscheinlich das gleiche. Das, äh. Also nicht das, sondern für die Maus halt. Allein gerechnet. Damit das einheitlich ist. Und vor allem nicht so stinkt. Das war ja hier von Diegel gekauft. Alter, das hat wochenlang gestimpt. Wirklich? Ja. Ich hab das abgewaschen und alles wie ein Blöder. Das hat gestimpt. Oh. Ach ja, stimmt. Da liegt der Wasser. Gut. Genug. Und dann? Wahrscheinlich musst du dich da an der Kante festhalten. Und rückwärts runterrutschen. Und dann? Und dann hangelst du dich irgendwo lang. Ich hab keine Ahnung. Ich geh da ganz langsam dran vor Ropala. Gute Idee. Weichern. Da müsste er eigentlich, anders kommst du da ja nicht runter. Na, guck mal. Dann loslassen. Und wieder festhalten. Genau. Guck mal, wie ich schön erwartete. Ich glaub, wir brauchen ein Medi-Pack. Ja, wahrscheinlich auch ein großes. Ich glaub, ein oder zweimal getrocknet. Ganz 240 Schuss. Das sieht nett aus. Oh. Wie er da schon ankommt. Du hast ja gerade gespeichert. Frust. Ach, nee. Ach, Medi-Pack. Hallo. Wir haben's aber gleich. Nee. Doch. Dann können wir noch zwei hiervon nehmen. Eins reicht erstmal, wenn. Ist halt voll doof, dass man's nicht sieht, ne? Mhm. Wie er schon ballert, ne? Okay, dann musst du jetzt rühren doch noch nicht runter. Er würde wahrscheinlich erst mit Wasser gefüllt. Scheint so, da ist wieder so ne gelbe Linie. Ja. Dann tauchen wir mal da drunter, glaube ich. Mhm. Und dann Spawn da garantiert auch mal Taucher. Was für eine Kameraeinstellung. Hm? Was für eine Kameraeinstellung. Wahrscheinlich dachten sie sich, ab diesem Level, komm, wir müssen's ein bisschen epischer machen. Aber wir brauchen hier schon die blaue. Oh. Nö. Nö. Doch. Hä? Mussten wir doch unten da? Aber jetzt kommen wir doch nicht mehr runter. Wenn du da runterspringst, dann brichst du dir da die Nick, oder? Ja eben, deswegen hätten wir's ja doch holen müssen schon. Jetzt ist es wirklich, wirklich, wirklich ein Mobbing-Spiel. Mhm. Ähm, ich meine, du kannst es versuchen, aber gespeichert hast du ja gerade, ne, nachdem du ihn erschossen hast. Aber hier ist halt auch das Ding weg. Ja. Ne, nachdem ich ihn erschossen habe, hab ich nicht gespeichert. Ja, machen wir nochmal. Falls wir gleich sowieso nochmal zurück müssen. Obwohl, neuen Speicherplatz. Ja. Falls wir da gleich nicht mehr wegkommen, weil hochkommst du ja auch nicht. Ich war klar. Also nicht die Schräger. Ah. Ah. Okay. Gut. Dann kannst du jetzt wieder zurück in die Leiter hochklettern und... Ach ja. Guck mal, ganz traurige Smileys. Mhm. Ja. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020